Zehn Frühwarnzeichen für einen Magnesiummangel. Ja, die Durchschnittsperson hat circa 20 Gramm Magnesium im Körper und vielleicht haben Sie schon gehört, Magnesium ist super, super wichtig. Warum? Es ist an über 300 verschiedenen Stoffwechselprozessen beteiligt und viele, viele Menschen rauschen ganz, ganz langsam, aber kontinuierlich in einen Magnesiummangel hinein. Und wie gefährlich das sein kann, das sehen wir in diesem Video. Ja, Magnesium liegt so ungefähr 98% in der Zelle vor, nur lediglich 2% sind extrazellulär, also außerhalb der Zelle und der Großteil dieses Magnesium, circa 60%, ist tatsächlich in den Knochen gespeichert. 39% sind in der Muskulatur gespeichert und lediglich 1% ist dann im Plasma unterwegs sozusagen, ja, intrazellulär und davon auch wieder ein Teil, ungefähr ein Drittel gebunden. Ja, was macht das Magnesium dann in den Zellen, vor allem in den Zellinneren? Ich habe es ja schon gesagt, es ist an 300 Stoffwechselprozessen beteiligt. Es ist ein sogenannter Kofaktor, es ist ein sogenannter Aktivator und Magnesium sorgt einfach dafür, dass viele enzymatische Reaktionen gut ablaufen können. Außerdem ist Magnesium beteiligt an der Produktion von Eiweißen, also etwas sehr, sehr Essentielles beispielsweise. Denken Sie an das Immunsystem oder denken Sie auch an den Jugendlichen, der halt wächst und viel Eiweiß benötigt. Und Magnesium ist beteiligt am Stoffwechsel, in erster Linie auch an der DNA- und RNA-Synthese oder an den Stoffwechselprozessen rund um die DNA, rund um die Erbinformation. Und dann brauchen wir noch, und jeder weiß das, Magnesiumkrämpfe, vor allem für die Muskelaktivität. Etwa 500 bis 1000 Milligramm Magnesium benötigen wir pro Tag für unsere Stoffwechselvorgänge. Magnesium unterliegt also einem starken Turnover, nennt man das. Das bedeutet, wir brauchen viel davon, wir verbrauchen aber auch viel davon. Und erstmal hat ein Magnesiummangel keine großartigen, gravierenden Auswirkungen. Warum? Der Körper, der kann an die Depots, an die Knochendepots beispielsweise oder an andere Depots und kann sich so erstmal seinen Magnesiumbedarf decken. Und er wird auch eines tun, er wird auch die Magnesiumausscheidung über die Niere nach unten regulieren. Und das ist im Prinzip auch die Falle, wo wir schon langsam in einen Magnesiummangel hineinrutschen können, ohne dass wir das groß merken. Und irgendwann stehen wir dann quasi vor diesem Scherbenhaufen und haben plötzlich zu wenig Magnesium und können diesen Bedarf nicht mehr decken. Wieso bekommen wir eigentlich einen Magnesiummangel? Nun ja, da gibt es mehrere Gründe dafür. In erster Linie mal magnesiumarme Böden. Viele Düngemittel werden benutzt, die Böden werden stark bearbeitet. Das führt dazu, dass wir weniger Magnesium aufnehmen. Auch der Einsatz von Kunstdüngern beispielsweise, das ist bekannt, dass es eben dazu führt, dass das gute Magnesium, die Mineralstoffe generell in den Gemüsen und so weiter weniger werden. Dann die Lebensmittelindustrie. Wir haben also verarbeitete Lebensmittel mit einem niedrigeren Magnesiumgehalt beispielsweise. Anstelle von Vollkornmehl nutzen wir Weißmehl. Das hat ungefähr nur noch 20, 30 Prozent der Magnesiummenge oder der weiße Reis versus Vollkornreis. Hier ist einfach nur noch ein Fünftel weniger Magnesium enthalten. Dann haben wir Verluste durch Kochen, durch Braten, circa bis zu 40 Prozent. Und wir haben auch Übersäuerung natürlich als großes Thema. Viele Industrieprodukte führen dazu, dass wir übersäuern. Und was viele Menschen nicht wissen, eine Übersäuerung führt dann zu einem erhöhten Mineralstoffbedarf. Und dieser Mineralstoffbedarf, der wird halt aus Calcium, Magnesium und diesen ganzen Mineralstoffen gedeckt. Und wenn wir eben hier übersäuert sind, dann brauchen wir sehr, sehr viele dieser guten Mineralstoffe. Und dann haben wir natürlich auch fehlende Begleitstoffe. Um Magnesium aufnehmen zu können, brauchen wir beispielsweise B6, B1 und diese Dinge. Und die optimale Aufnahme ist nur gegeben, wenn wir diese beiden Kofaktoren für die Magnesiumaufnahme wiederum haben. Aber wenn die natürlich nicht in den Lebensmittel stecken, dann tun wir uns schwer und hart, das Magnesium tatsächlich aufzunehmen. Und dann gibt es noch die lieben Medikamente, wie beispielsweise die Magensäureblocker, die dazu beitragen, dass wir nicht mehr gut Magnesium aufnehmen können. Und dann eben auch Dinge wie Antibiotika, die den Darm eventuell schäden, Insulin, Antibabypille, Antihistaminika und so weiter und so fort. All das sind Arzneimittel, die mit Sicherheit ihre Berechtigung und ihre Wirkung haben. Aber viele, viele Ärzte wissen es nicht, dass man eigentlich noch Magnesium dazu geben müsste, weil wir letzten Endes dann den Patienten gefährden, indem er in einen Magnesiummangel ihn rutschen lässt. Und dann gibt es noch die liebe Darmflora und Darmpilze. Auch die tragen dazu bei, dass wir in einen Magnesiummangel rutschen können. Warum? Weil sie natürlich die Aufnahme von Magnesium hemmen. Genauso wie Grüntee, Schwarztee, Softdrinks und solche Dinge können verantwortlich sein, dass die Aufnahme von Magnesium blockiert wird. Und dann gibt es noch eine Sache und die haben wir wahrscheinlich alle und das ist Stress. Stress ist ein wahnsinnig großer Faktor, dass wir einen hohen Magnesiumverbrauch haben. Der Ausdurst von Adrenalin sorgt für einen übermäßigen Magnesiumverschleiß oder einen Magnesiumbedarf. Und wenn wir ständig Adrenalin ausstoßen, dann können wir uns so letzten Endes in einen Magnesiummangel hineinbegeben. Der Herzmuskel kann eher krampfen, dann der Blutdruck steigt. All diese Dinge, Angstzustände, Panikattacken können eben in Verbindung stehen mit erhöhtem Stress und dann nachfolgend einem Magnesiummangel. Wer kennt das nicht? Sie waren beim Sport und haben nach dem Sport einen Wadenkrampf, einen Muskelkrampf, Muskelzuckungen vielleicht oder sogar Taubheit und Gribbeln. Und das ist eben eines der großen Dinge, die Magnesium steuert. Magnesium ist verantwortlich für die Verbindung von Nervenzelle zu Muskelzelle. Und es hat hier direkten Einfluss darauf, auf die sogenannte Membranstabilität oder auch Membranpermeabilität. Das bedeutet, dass die Membrane zwischen oder die Schnittstelle zwischen Muskulatur und Nervensystem eben aufrechterhalten wird mit Hilfe von Magnesium. Und was macht es? Magnesium ist ein Gegenspieler zum Calcium. Und dieses Wechselspiel ist eben wichtig für die Erregungsweiterleitung. Also dass der Nervenimpuls dann tatsächlich in eine muskuläre Aktion wie das Handwinken oder Handbewegen hier übertragen wird. Und dafür ist Magnesium eben zuständig. Fehlt Magnesium, dann kommt es zu unkontrollierten Impulsen. Das heißt, dieser Vorgang der Signalübertragung, bitte hebe deinen kleinen Zeige oder hebe den Zeigefinger, das funktioniert eben nicht mehr auf Befehl, sondern es zuckt, es steuert und auf kleiner Ebene gibt es kleine Krämpfe. Und dann überträgt sich dieser Krampf auf den ganzen Muskel, so kann man sich das vorstellen. Und sie haben einen richtig schönen, satten Wadenkrampf. Kurz gesagt, Magnesium ist absolut wichtig für einen störungsfreien Ablauf aller muskulären Aktionen im Körper, weil es eben durch die Konzentration der Magnesiumteilchen dafür sorgt, dass diese Reizweiterleitung und alle Enzymreaktionen, die im Muskel ablaufen, ganz, ganz geordnet und sauber stattfinden können. Ja, wenn Sie sich gestresst fühlen, wenn Sie unruhig sind, wenn Sie Angstzustände haben, dann könnte tatsächlich ein Magnesiummangel dahinter stecken. Wieso das denn? Warum? Wir wissen, die Einnahme von Magnesium reduziert tatsächlich die Freisetzung von Stresshormonen. Und das ist ein großer, großer Faktor, denn es gibt hier diese direkte Abhängigkeit, die ich Ihnen schon in der Anmoderation gesagt habe. Einerseits durch den Ausstoß von Kurzzeitstresshormonen verbrauchen wir mehr Magnesium. Und andererseits, wenn wir dann Magnesium nehmen, dann dämpfen wir sozusagen wieder diesen Ausstoß von Stresshormonen. Und hier ist dieses Wechselspiel quasi bei chronischem Stress ja vorgegeben, dass es irgendwann mal in die Magnesiumverarmung der Zellen hineinführt. Und dann gibt es sogar noch wissenschaftliche Arbeiten, die zeigen, dass aufgrund des Magnesiummangels dann das Risiko für atherosklerotische, also für Gefäßveränderungen steigt. Und dann haben wir die Sache perfekt. Dann ist der Herzinfarkt fast schon vorbereitet, denn wir haben dieses muskuläre Steuerungsproblem und wir haben dann noch Gefäßveränderungen eben durch chronischen Stress. Wir bleiben beim Herzen. Unser drittes Frühwarnsymptom sind Herzerkrankungen, sind Arrhythmien, also Herzrhythmusstörungen, denn Magnesium hat einen ganz, ganz erheblichen Einfluss auf eine gesunde Herztätigkeit. Wenn Magnesium fehlt, dann kann es dazu kommen, dass das Herz zu schnell schlägt, also eine Tachykardie, dass es aus der Reihe schlägt, die sogenannte Extrasystolie, sprich immer mal wieder kommt ein Extraschlag, den Sie vielleicht bemerken, oder es kommt ein komplett aus dem Takt, dass es nicht mehr regelmäßig schlägt, das wäre die Arrhythmie. Und Magnesium hat nicht nur einen Einfluss auf diese Taktgeber des Herzens, sondern Magnesium hat tatsächlich auch einen Einfluss auf die Pumpfunktion und die Regulation der kardialen Pumpfunktion, klar, des Herzens ist auch nichts anderes als ein Muskel. Das hängt auch mit Magnesium zusammen. Aber mehr noch, Magnesium macht am Herzen noch eine antithrombotische Funktion. Das bedeutet antithrombotisch, dass eben das Blut sich nicht zusammenklotten kann, das was eben passiert beim Herzinfarkt, denn Magnesium beeinflusst die Anlagerung der Blutplättchen. Das ist ja das, was wir nicht haben wollen. Wenn Sie eine Wunde haben und Sie schneiden sich irgendwie, dann kommen die Blutplättchen und lagern sich zusammen an. Und wir haben hier einen positiven Einfluss eben, dass dieser Prozess nicht plötzlich im Herzen geschieht. Also hier eine Kardioprotektion. Ich stelle Ihnen gleich noch Studien dazu vor. Und außerdem reguliert Magnesium auch die Gefäßweite, den Gefäßmuskeltonus, denn auch die Gefäße sind nichts anderes als letztlich Schläuche, die eben hier noch mit glatten Muskelfasern verbunden sind oder kombiniert sind, sodass eben das Gefäß sich zusammenziehen kann oder sich erweitern kann. Und das wird auch von Magnesium gesteuert. Jetzt stelle ich Ihnen Studien vor, wo einfach gezeigt wurde, dass Magnesium tatsächlich in Realität bei Herzpatienten ganz, ganz starke positive Effekte haben kann. In der ersten Studie wurde drei Monate lang 800 Milligramm Magnesium verabreicht, und zwar an Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz. Das bedeutet, mit einem Herzen, das schon nicht mehr viel Kraft hat oder schwächer ist als ein normales Herz, das Blut hinauszuschleudern. Und hier hat man gesehen, dass sich die Elastizität der Arterien wieder verbessert hat. Die Elastizität der Arterien ist für uns ganz, ganz wichtig. Warum? Die Blutdruckregulation hängt davon ab. Aber eben auch die Arterienelastizität ist auch ein Parameter, wie gut oder schlecht das Arteriensystem, das Blutgefäßsystem noch funktioniert. Und dort bei diesen Patienten haben sich nach drei Monaten und 800 Milligramm Magnesium täglich die sogenannten hämodynamischen Leistungsparameter verbessert, auf gut Deutsch. Das Herz war wieder kräftiger, es hat wieder mehr Blut herausgeschleudert. Und zu diesem Ergebnis kommt auch eine zweite Studie letzten Endes. Dort hat man also auch Patienten mit koronarer Arterienerkrankung mit Magnesium versorgt. Diese Studie lief sechs Monate. Und man hat gesehen, dass es eine signifikante Erhöhung der Magnesiumwerte zum einen gab. Das ist ganz klar, wenn ich es einnehme und das Richtige, dann erhöhen sich die Parameter. Aber man hat auch gesehen, dass tatsächlich die Pumpleistung der Herzkammern sowohl bei Belastung als auch in Ruhe sich gesteigert hat. Und das ist sensationell, dass sich das also auch bei Belastung steigern lässt. Und dann haben wir noch eine dritte Sache, dass eben die sogenannte Tachyarrhythmie, also das Herz, das zu schnell und zu unregelmäßig schlägt, sich hier auch mit Magnesium wieder ganz, ganz schnell und gut einkriegt. Und ich kann mich hier noch an mein Studium erinnern, wo ein geschätzter alter Kollege immer gesagt hat, Kalium und Magnesium ist das Zahnbürsterl fürs Herz. Ja, unser viertes Warnsymptom hängt auch wieder mit der Gefäßelastizität zusammen. Und das ist der hohe Blutdruck oder auch die Durchblutungsstörungen. Warum? Wir haben, und ich habe schon angedeutet, wenn man sich so einen Gartenschlauch vorstellt als Blutgefäß, dort haben wir dann in der Wand des Gartenschlauches eben die sogenannten glatten Muskelzellen. Und diese glatten Muskelzellen, die können den Gartenschlauch, also unser Blutgefäß, eng stellen oder auch wieder weit stellen. Und wenn wir Magnesium geben, dann wirkt das als leichter Gegenspieler zum Kalzium. Lange Rede, kurzer Sinn, über mehrere schwierige und schwer zu verstehende biochemische Stoffwechselprozesse kommt es dann am Ende des Tages dazu, dass wir unter Magnesium den Blutdruck absenken können. Also Magnesium wirkt blutdrucksenkend. Und dort hat man also auch Studien gemacht und die haben gezeigt, dass eben sowohl der erste als auch der zweite Blutdruckwert sich durch Magnesium etwas senken lassen. Das ist natürlich wichtig, denn unter Magnesiummangel haben wir dann nicht nur das Problem, dass unser Herz unregelmäßig schlagen könnte, dass es weniger Kraft hat, sondern wir haben dann auch noch das Problem, dass der hohe Blutdruck eventuell dazu kommt, was die ganze Sache nicht verbessert. Und wenn Sie noch an den Satz denken, den ich erwähnt habe, mit der Thrombozytenaggregation, also mit der Anlagerung der Blutblättchen, dann könnte es natürlich schon Richtung Ereignis im Herz-Kreislauf-System gehen. Und ein Tipp noch für die Schwangeren, die unter dem Schwangerschaftsbluthochdruck leiden. Auch hier gibt es Studien, dass mit Magnesium sich dieser Schwangerschaftsbluthochdruck sehr, sehr gut verbessern lässt. Allerdings sprechen Sie es bitte mit der Hebamme ab. Allzu lang sollte man Magnesium nicht nehmen, denn sonst kommt das Baby vielleicht nicht raus. Warum? Denn es hat auch einen positiven, entspannenden Einfluss auf die Gebärmutter. Und eventuell tut sich die Gebärmutter dann schwer mit den Übungswehen, mit diesen Frühkontraktionen. Das heißt, Magnesium gehört eine bestimmte Zeit vor dem Entbindungstermin dann einfach abgesetzt. Fünftes Frühwarnsymptom Depression, depressive Verstimmung und prämenstruelles Symptom. Jawohl, Sie haben richtig gehört. Magnesium kann prämenstruelles Symptom und auch Depressionen oder depressive Verstimmungen verbessern. Man hat Studien gemacht, dass die Einnahme von dreimal täglich 125 Milligramm beziehungsweise bis zu dreimal täglich 300 Milligramm Achtung Durchfallgefahr eben hier diese Situation der Depressionen verbessern kann. Es scheint so zu sein, dass eben das Magnesium auch im Hirn auf sich positive, auf die Neurotransmitter auswirkt. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute und einfache Möglichkeit. Vor allem, wenn ich dann auch noch als Frau beim prämenstruellen Syndrom die Krämpfe, die Bauchkrämpfe habe, dass ich hier einfach mal Magnesium ausprobiere. Und bei der Depression eh ganz klarer Fall. Auf jeden Fall ausprobieren. Vielleicht hilft es. Mangelt es Ihnen an Konzentrationsvermögen oder an Erinnerungsvermögen, dann sind Sie vielleicht hier im Magnesiummangel. Wir können Punkt 6 und 7 zusammenfassen, warum. Eine im Journal of Alzheimer's Disease veröffentlichte Studie hat gezeigt, dass Magnesium einen sehr, sehr positiven Einfluss auf die sogenannten kognitiven Funktionen, also Gedächtnisleistung, Anpassungsvermögen und so weiter, der Menschen hat. Und gleichzeitig eben Beeinträchtigungen diesbezüglich reduzieren kann. Und es wurde eine Gruppe von Erwachsenen untersucht zwischen 50 und 70 Jahren. Und die haben Magnesium erhalten. Und dort wurde eben gezeigt, dass eben diese positiven Effekte aufs Erinnerungsvermögen, auf die Gedächtnisleistung, auch auf die Konzentration eben mit Magnesium zusammenhängen. Und dass das sogar bei der Alzheimererkrankung oder bei der Demenz einen positiven Einfluss hat. Darüber habe ich ja auch schon mal ein eigenes Video gedreht. Und was man auch sagen kann, dieser Studienleiter hat sich so geäußert, dass das Magnesium die Dichte der Hirnsynapsen wieder erhöht. Das bedeutet, wir können also diese sogenannte neuronale Plastizität, dieses Verschalten, diese neuen Schaltkreise, die entstehen müssen, das können wir durch Magnesium wieder fördern. Und es gab noch mal eine andere Studie, wo man dann die Magnesiumaufnahme nicht über Kapseln gemacht hat, sondern über Injektionen. Und dort hat man tatsächlich gesehen, dass es zu signifikanten Verbesserungen der synaptischen Wirksamkeit und eben durch Verbesserung der Lern- und Gedächtnistätigkeit bei Ratten mit Alzheimererkrankung kam. Achtes Frühwarnsymptom, Migräne und Kopfschmerzen. Auch das kann ein Magnesiummangel sein. Und eines der prominentesten Beispiele, ein ärztlicher Kollege, vielleicht kennen Sie ihn, den Laufpapst Dr. Ulrich Strunz, der uns Deutschen das Joggen beigebracht hat. Der hatte eben auch eine Migräne, die rein auf Magnesium ansprach. Und so gibt es hier tolle Studien. Beispielsweise hat man eine Studie mit Migräne-Patienten gemacht. 30 Personen zwischen 20 und 55 Jahre, die zwei bis fünf Migräne-Attacken pro Monat hatten. Und man hat drei Monate lang Magnesium gegeben. Und zwar 600 bis 800 Milligramm, also schon eine etwas höhere Menge. Und hier hat man eindeutig gesehen, Dauer- und Anfallsfrequenz reduzierten sich. Manchmal findet man auch Studien, wo dann sich nicht nur die Anfallsdauer und die Frequenz reduziert, sondern tatsächlich dann auch das Schmerzerlebnis. Und letztlich ist es dann wieder eine Sache mit dem Gehirn oder die mit dem Gehirn zusammenhängt, warum das funktioniert. Es kommt auf diese membranstabilisierenden Fähigkeiten von Magnesium an, die eben hier auch in der Entzündung, also im Migräneanfall, eine Rolle spielen. Und wir haben ja im Migräneanfall den Fall, dass sich die Blutgefäße aufgrund dieser Entzündungsstoffe zusammenziehen und dann ein Abfluten der Entzündungsstoffe verhindern. Und wenn dann Magnesium im Spiel ist, dann gehen die Adern auf gut Deutsch wieder früher auf und die Entzündungsstoffe können schneller wieder abfluten. Frühwarnzeichen Nummero 9, Schlafstörungen und chronische Müdigkeit. Jawohl. Magnesium aktiviert nicht nur die Übertragung der Nervensignale von Nerv zu Muskel, sondern Magnesium überträgt oder unterstützt auch die Signalübertragung von Gehirn zu den Nerven, also eine Station höher. Und eines der Schlüsselstellen ist hier das GABA, Gamma-Amino-Buttersäure. Und dieses GABA wirkt entspannend, dieser Neurotransmitter entspannend und beruhigend auf die Nerven. Wenn Magnesium fehlt, wird GABA eben nicht ausreichend aktiviert. Und das ist der Grund, wieso dann Magnesium auch zu einer erhöhten Melatoninproduktion führen kann, wenn wir Magnesium geben oder andersrum eben zu einer niedrigen Melatonin, also Schlafmolekülfunktion und so, kann Magnesium eben hier einen positiven Einfluss auf den Schlaf haben, wenn wir es geben. Magnesium ist auch an der Umwandlung beteiligt von der wichtigen Aminosäure, vom wichtigen Eiweißbausteinchen Tryptophan. Tryptophan ist der Grund, warum Sie sich mal schnell eine Tafel Schokolade reinziehen, wenn Sie sich nicht so gut fühlen. Warum? Weil Tryptophan dann zu Serotonin, unserem Glücksbotenstoff, umgewandelt werden kann. Und dieser Prozess ist Magnesiumabhängig. Das bedeutet, hier könnte also auch eine der Ursachen liegen, wieso dann Magnesium tatsächlich sich positiv auf die Stimmung, sprich antidepressiv wirkt und letzten Endes hier auch die Ursache dafür, warum es auf die Melatoninproduktion wirkt und warum es dann zu einem guten Schlaf führt. Kleine Randnotiz noch, was auch in diesen Wirkmechanismus hier hineinspielt, das sogenannte Restless Legs Syndrom. Diese ruhelosen Beine, Ameisen laufen ständig in Bewegung und so weiter. Viele Menschen haben diese Problematik und auch hier wirkt Magnesium über diesen Stoffwechselweg oder kann positiv wirken bei leichten Restless Legs Erkrankungen. Und zu guter Letzt, Frühwarnsymptom Nr. 10, Prädiabetes oder gestörte Glucosetoleranz oder instabiler Blutzuckerspiegel. Ja, Sie haben richtig gehört. Wir finden bei Diabetikern ganz, ganz extreme Magnesiumverluste und Magnesium verbessert die sogenannte Insulinresistenz wieder. Ich habe ja schon viele Videos zu diesem Thema gedreht, Zuckerstoffwechsel oder auch Fettleberstoffwechsel. Wir wissen ja, wenn wir zu viel Zucker zu uns nehmen, dann kann es eben dazu führen, dass Insulin die Muskelzellen nicht mehr aufsperren kann, dass die sogenannte Insulinresistenz kommt und dann erhöht sich der Blutzuckerspiegel, der Zucker wird dann in Fett umgewandelt beziehungsweise es entsteht irgendwann mal der Insulinmangel. Das ist auf gut Deutsch das, was beim Diabetes passiert. Und hier kann Magnesium eben positiv einwirken. Wir haben bei den Diabetikern gesehen, dass sie ganz, ganz starke Magnesiumverluste haben, über die Niere beispielsweise. Und wir haben auch gesehen, dass sich durch Magnesiumgabe eben hier diese Insulinresistenz wieder verbessern lässt und dass sich sogar die Ausschüttung und Produktion von Insulin an der Bauchspeicheldrüse wieder verbessern lässt. Und Patienten, also es gibt zahlreiche Studien, eine beispielsweise bei Patienten mit diabetischer Polyneuropathie, bei diabetischer Augenerkrankung und so weiter. Dort hat man gesehen, je schlimmer die Patienten quasi mit den Nebenwirkungen der Diabeteserkrankung kämpfen, desto höher ist tatsächlich der Magnesiummangel. Und deswegen wird bei Typ 1 und Typ 2 Diabetikern auch hier eine Empfehlung ausgesprochen, dass sie 300 bis 500 Milligramm Magnesium pro Tag einnehmen sollen. Nein, eventuell sind sogar höhere Dosierungen erforderlich, wenn man dann wieder ein Antidiabetikum nimmt, wie beispielsweise Metformin oder irgendwie so etwas, weil das dann tatsächlich wieder die Ausscheidung von Magnesium erhöht. Beim Diabetes mellitus kann hier also ein Teufelskreis entstehen. Einmal führt der Diabetes mellitus dazu, dass mehr Magnesium über die Niere ausgeschieden wird, was dann in den Magnesiummangel reinführt. Und dann wird die Insulinausschüttung reduziert, die körpereigene Insulinausschüttung reduziert. Und dann kann eben die Insulinresistenz steigen. Das Insulin wirkt auch nicht mehr so gut. Dann haben wir diabetische Spätschäden, die vielleicht dadurch kommen. Die Diabeteserkrankung wird schlimmer. Und wir haben gesehen, noch schlimmere Diabeteserkrankung führt zu noch mehr Magnesiumverlust. Und das Ganze schaukelt sich über die Jahre und Jahrzehnte auf. Was ist also der beste Weg jetzt Magnesium aufzunehmen? Und hier werden die meisten Leute, was auch sinnvoll ist, zu Magnesiumkapseln greifen. Ich kann also Magnesium schnell und unkompliziert über die Kapseln aufnehmen. Es gibt Magnesiumsorten, die eher durchfallfördernd sind, wie beispielsweise das Magnesiumcitrat und dann eben andere Magnesiumsorten, die man sehr gut vertragen kann. Und ich empfehle immer, eine Kapsel zu nehmen, wo viele verschiedene Magnesiumsorten miteinander kombiniert sind. Warum? Weil die Aufnahme von Magnesium pH-Wert abhängig ist. Das heißt, ich kann also Magnesium nicht über die gesamte Strecke des Darmes aufnehmen, wenn ich nur eine Monosubstanz nehme, sondern ich muss immer verschiedene Substanzen kombinieren, dass je nachdem, in was für einem Abschnitt ich im Darm bin, dann jeweils immer die unterschiedliche Salzform aufgenommen werden kann. Was gibt es noch? Die Aufnahme über die Haut. Es wird ja das sogenannte Magnesiumöl vertrieben. Die Studienlage diesbezüglich ist super, super, super dünn. Es gibt im Prinzip keinen nennbaren Beweis. Ich habe die Studienlage durchgeforstet. Es gibt keinen Beweis dafür, dass das funktioniert. Es ist auch gar kein Öl, sondern es ist letzten Endes eine konzentrierte Magnesiumlösung. Es ist auch äußerst unwahrscheinlich, dass das funktioniert. Warum? Weil die Haut eben lipophil ist, also fettliebend. Das Magnesium ist dann hydrophil. Also das beißt sich. Es gibt hier keine Untersuchung, die wirklich das wissenschaftlich untermauert. Alle Studien, die es gibt, haben Fehler. Oder es wurden falsche Untersuchungsmethoden benutzt. Oder es wurden gar keine Untersuchungsmethoden benutzt, ob tatsächlich dann der Magnesiumspiegel ansteigt. Also letzten Endes, wenn Sie sicher sein wollen, greifen Sie zu Kapseln. Magnesiuminfusionen gibt es natürlich auch. Auch die wende ich in meiner Praxis an. Wann? Bei starken Krämpfen beispielsweise. Oder eben als Beimischung zu anderen Infusionslösungen. Das kann man machen. Dort ist immer wieder interessant der sogenannte Flush oder Shot. Wenn man das Magnesium zu schnell auftritt und zu schnell laufen lässt, dann kommt es sofort zu einem vasodilatativen Ereignis. Sprich, die Blutgefäße machen weit und der Patient bekommt einen warmen Kopf. Und ja, letzten Endes ist das eigentlich ein zwar erwünschter Effekt, aber es sollte nicht so krass und impulsiv sein, dass man eben hier unter diesem sogenannten Shot leidet und diesen Flush bekommt. Das war es zum Thema Magnesium. Ich freue mich über Ihre Kommentare. Schauen Sie sich das nächste Video an. Abonnieren Sie meinen Kanal, wenn Sie Interesse an solchen Themen haben. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und bis bald.